Mach da, ich nehm einfach gleichzeitig auf. Achso, okay. Hallo, herzlich willkommen zur dritten Folge von Don't Star. Heute mal wiederholt. Dämon, der hat jetzt einen Bart, eine coole Spinne. Und heute wird meine Mission sein, ein paar Spinnen zu töten. Und Hasen, weil ich Hunger hab. Während meiner Mission ist, eine Kiste zu bauen und ein Gefängnis für die Spinnen. Die ich tötet. Die er tötet. Hätt ich selber keinen Hasen in meine Hase fallen, dann sind die Klingen am Fall. Ich dropp einfach mal ein Catgrass hier hin. Ich bräuchte dann doch nochmal die Planken, die ich dir gegeben habe. Das ist mal bis an die Planken. Ja, ich brauch sie auf jeden Fall wieder. Dann könne ich uns nämlich eine Klinik machen. Ja, ich hab den Hasen in den Tod getrieben. Genau, ich brauch nur noch deine Planke, ich bin beim Feuer. So wollte ich nur noch kurz einen Hasen in den Tod treiben. Pick up cooked monster meat. Unser Feuer geht aus. Observe Prediction Probabilities. Measure Ambient Air Temperatur. Ach so, damit können wir jetzt sehen, wie kalt es ist. Genau. Kurz um mit zwei Hasen umgebracht. Ich liebe meine Leiste, Alter. Ich baue hier einfach rechts einen Käfig. Äh, bin ich dumm? Ein weiterer Hase, den ich umbringen kann. Ein, na gut, heute kann ich wahrscheinlich nichts produktiv zumal machen. Aber ich kann hier das letzte Holzbrett geben. Wie das, wie dieser bärtige Spinnenmann am Zaun steht. Nein, ich hab nicht genug Holz. Oh, das ist ein Kies. Äh, ja. So, jetzt bin ich endlich nicht mehr dumm. Wart nicht. So, ich hab ne Kiste, ich stell dir ja vor links daneben. Ja. Oh, ja. Ich pack da mein Gold rein. Ich muss es auch, wenn wir etwas machen, wenn ich nicht zu dumm bin. Das war keine gute Idee, es mal zu flasch zu essen. Ja, das war es wirklich nicht. Aber ich hatte solchen Hunger. Solchen Hunger. So, ich brauch Seile. Was brauch ich für Seile? Gras. Ja, ich brauch echt Gras. Hast du Gras? Ich hab dir ein Seil gegeben. Aber sonst hab ich 15 Gras. Ach, stimmt. Ich hab zwei Seile. Wie viel brauch ich für den... Dieser Baum muss sterben. Ach, ich brauch nur noch Sticks. Ah, Sticks, Sticks. Das sind die Sticks. Ich werde keine Bäume mehr nachbauen. Ich werde sie alle umbringen. Wir werden gegen den Baum mann kämpfen. Töte den Baum. Töte den Baum. Das ist auf Leben. Oder ein Wurmloch. Wir gehen da nicht rein. Nein. Wir gehen da am Tag rein. Okay, morgen. Oder übermorgen. Weil ich will morgen noch ein paar Spinnen klatschen. Weil ich weiß, wo welche sind. Ja. Ich hab hier irgendwas stampfen gehört. Okay, es ist nicht das schönste Gefängnis, aber... Das sind Gefängnissen. Nein, jetzt konnte ich... Äh... Was ist das? Das könnte sein, dass ich mich gerade selber in einen Stau... Dass ich mich gerade selber eingebaut habe. Als ob! Wie hast du es geschafft? Ich dachte, da würde genug Platz sein. Kann ich das... Wie reiß ich das ab? Oh! Hilfe! Kannst du es abreißen? Nein, kann ich nicht. Ach, was hast du denn gemacht? Das muss doch gehen, Alter. Ist nicht so... Weißt du was? Ich werde diesen Dreck jetzt einfach anzünden. Ist mir egal, ob du drauf gehst oder nicht. Mal gucken, ob es so funktioniert. Du musstest eine Facke bauen. Dafür brauchst du zwei Sticks. Also, ich weiß nicht, ob das funktioniert, aber... Oder du musst ein Feuer näher dran platzieren. Egal, ob du stirbst. Der Zaun muss dir eigentlich alles. Nein, alles, was dich so wie Summer aufgebaut hat. Brenn! Nein! Sterbe! Nein! Lauf einfach raus! Tolle Idee! Ja, da hinten ist doch irgendwo ein... Äh, weiß ich schon. Meine Sachen verbrennen. Ist mir egal. Aber da hinten ist doch eh... Aber wir haben Asche. Wir brauchen eh Asche. Wann hört denn das das Brennen auf? Ja, ist gleich. Aber du weißt doch, da hinten müsste irgendwo ein Schweine-Ding sein. Ach, Junge. Ja, aber weißt du, wie weit weg die waren? Ist mir egal. Du bist ein Geist, du leuchtest. Oh, lol! Ich werde dumm. Ich habe keine Ahnung mehr, wo dieses Schweine-Ding war, ne? Äh, andere Richtung. Ach, in die Richtung? Ich werde dumm. Ja, bitte. Sicher, dass es in die andere Richtung war? Fast, ich glaube es auch nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, ne? Ja, ich auch nicht. Lass es dann morgen suchen gehen. Lass es morgen suchen gehen. Zieh mich an, als... Ich kann jetzt nicht weglaufen. Nein, 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 nein. Geh weg. Was soll ich machen? Ach, Mann. Äh, wirst du nicht klüger durch diese Maschine? Doch, schon, aber ich... Ich bin halt so dumm, wenn du gestorben bist. Danke. Sei doch still, Alter. Hey, ich habe doch das irgendwo ge... Ich habe das ja selbst gefunden. Wo auf der Karte ist das? Oh, und ich verhungere halt auch. So dumm. Oh, ich sehe, ich sehe noch einen Goldstein abgekattet auf der Karte. So, ich muss... Weißt du, ungefähr in welche Richtung... Ist das überhaupt so auf der Karte markiert? Äh, ich glaube nicht, aber der müsste unten gewesen sein. Komm. Kann ich nicht zum Portal? Nee. Das ist jetzt sozusagen wahrs ist, wenn wir das Ding nicht finden. Ach, die ist das schön. Ich time skipet es. Auf dem Moment, wo ich gestorben bin, time skip ich. Tote Hasen. Oh mein Gott, warte. Was ist los? Laufen die Vögel, Hasen und so von mir weg. Toll. Schau, was ich daraus machen kann. Das sieht jetzt anders aus, das leuchtet die zwei. Oh no. Ja, okay, lassen wir uns weiter suchen. Kann sogar deine volle Hand nehmen. Nein, das ist mal eine volle. Ich habe sie weggeschoben. Du weißt, dass die Hasen davon Angst haben. Und du weißt, dass ich Hasen brauche zum Überleben. Oh, das ist nicht im ersten Bion. Müsste sein. Einfach straight nach unten. Du bist, du bist falsch. Oh. Wow, die Karte aktualisiert sich nicht, wenn ich tot bin. Sehr logisch. Und ich werde zu dumm. Ich habe die Bion zerstört. Komm jetzt. Ich bin bei, ich bin bei denen. Ich bin auf dem Weg. Tübi ist da. Oh, tschau. Tschau, wegen dir bin ich hier zu verhungern. Hast du denn eine Axt mitgenommen? Wegen dir bin ich... Ja, komm, Alter. Ich habe sie hier unten hingelegt. Nein, habe ich nicht. Ich laufe wieder nach oben. Ich nehme sie hier nicht mit. Ein Peck gehabt, das hat jetzt keine im Axt. Ich habe gerade ein Ding gefunden. Mhm, stimmt. Und ich kann jetzt eine Axt bauen. Du hast keinen Bart mehr, du bist uncool. Ich rede nicht mit Leuten ohne Bart. Guck mal, was ich tolles gemacht habe. Ja, als ob meine ganzen Sachen verbrannt sind. Ja, fast. Alter, wir haben jetzt alles verloren, ne? Stell dir vor, der wäre jetzt Gold drin gewesen. Wer von uns beiden hat sich selbst eingebaut? Ach, du die Schnauze, Mann. Oh, Mann. Ja, wir haben keine Steine mehr, wir haben gar nichts. Ach. Wir werden sterben. Ach, willst du denn, dass du sterben? Warum hast du ein, äh, Wound gebaut? Ich brauchte irgendwas, was mir Intelligenz gibt. Ich glaube, sich keinen Hasen einholen. Ich habe das Spinnenei nicht mehr. Ja. Oh, das ist natürlich ein bisschen wie optimal. Maler. Du, Monster. Ja, hast du ein bisschen Fleisch, finde ich. Hm, keine Ahnung. Frag meine Leiche. Ich habe, ich habe, ich habe deine Leiche schon Fleisch abgezogen. Der ist nicht so gewesen. Alter. Ja, ich habe, ich habe 33 Hunger. Ich, ich werde sterben. Du hast doch gerade in den Hasen gehabt. Ja, die bringen mir, die bringen mir nicht mehr viel, weil ich schon zu viel von den Gästen habe. Jetzt klaut ihr mir auch noch mein Holz. Ich habe dir, ich habe dir Fleisch gege... Ich habe dir Beeren gegeben, meine ich. Was war es wieder? Oh, nee. Warum bringt es was, wenn ich mich unter den Baum stelle? Okay, es ist keine gute Idee, sich unter den Baum zu stellen, wenn es gesitzt hat. Ich farm jetzt einfach Holz und Sticks und hoffe, dass ich mir irgendwas wieder aufbauen kann. Oh, wir dürfen halt nicht zu nass werden. Wieso? Ja. Sonst erfrieren wir. Aber keine Ahnung. Aber irgendwas passiert da. Ich werde schon wieder behindert. Oh, Leute, man kann Kastanien braten. Okay. Ich glaube, unser Feuer wird die Nacht nicht durchhalten. Oh, doch, ich habe noch ein bisschen Holz. Ach, verdammt. Hier frisst Kastanien. Das sind noch ein Stück. So, was brauche ich jetzt für den Zaun? Oh, da ist noch dein Leichtje. Ja, meine Leichtje liegt dort vorne. Ich werde dum, ich werde dum. Ja, das Problem habe ich schon gut gemacht. Ich werde echt dum. Du hast dir mal eine Hasenfalle verflucht und deswegen war die Korotte nicht mehr drunter. Ja, ich werde höchstwahrscheinlich und dumm als sterben. Ja, ich werde verhungern. Ich weiß nicht, so ein toller Tod. Mich nervt das alleine schon, dass ich meine Spinnen... Spinnen, hättest du nicht reinlaufen können und die Spinnen... Nein, nein, ich konnte nicht durchgehen. Nein, nein, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Ja, ich bin ja. Wir werden elendig sterben. Ich werde verhungern, Bruder. Dann hattest du wenigstens noch einen angenehmen Tod. Kannst du mir jetzt zwei Gras geben? Zwei was? Gras. Braucht einen Stoff. Braucht einen Stoff? Du hast doch gerade alles geparmt. Ja, damit ich mir Seile machen kann. Nein, okay, ich verhunger. Oh, oh. Irgendwas kannst du... Nein, ich kann nur Fleisch essen. Oh, no, das wird nach. Ich werde die Nacht nicht überleben, Bruder. Ich muss es essen. Kannst du nicht irgendwas essen? Ich muss das mal zu Fleisch essen. Ja, mach das. Ey, komm, zurück. Oh, oh. Ich habe... Oh, oh. Oh, was machst du denn? Oh, ich weiß sie. Komm. Ich war... Alter, zum zweiten Mal. Jetzt wäre ich noch dümmer. Ey, du weißt, wo du behüden musst. Geh hin. Das ist doch zerstört worden durch den Blitz. Nicht vergunst. Ich geh hin zu schreien. Ja, komm. Ich bin später. Ich bin beim Schweinedorf. Nein, das spielt so. Aber ich kann nichts machen, was mir irgendwas verlobt. Was mir irgendwie was liebt. Ein einsamer Geist streift durch die Nacht. Okay, sobald ich wiedergeboren werde, muss ich so schnell laufen, wie es geht. Ja. Irgendwo hier im Nebelgebiet sollte doch etwas sein. Kann das sein, dass man als Geist schneller ist? Weiß ich nicht. Aber ich muss jetzt ein paar Schweinemenschen schütteln, weil die mir Fleisch bringen, wenn ich Hunger habe. Ja, bei denen bin ich auch gerade. Weil ich würde ja niemand mehr sein. Außer sie greifen mich alle gleichzeitig an, dass ich nicht hoffe. Hallo Schwunemina. Habt ihr vielleicht einen tollen Altar für mich? Komm, Leute, ich muss ich wieder wieder abziehen. Hier ist so ein Schweinekopf, aber kein Altar. Hey, ich hab einen Spinner gefunden. Ich holte das. Okay. Und ich holte das Schweinehaus. Kann ich den Schweinemann? Okay, ich hab ein Wort. Oh Gott, ich hab irgendwas aus dem Schweinemann gemacht. Weiß ich dich angreifen, ich kann sie erschrecken. Es ist schon zu spät. Ich musste sie töten. Ich brauchte das Fleisch. Es sind noch viele mehr. Okay, ich glaube, ich verbringe die restliche Folge damit, mir ein Altar zu suchen. Viel Spaß. Alter, das ist doch auch so dumm, dass ich einen Meter davor draufgehe. Ja. Wie weit bin ich denn schon gelaufen? Ja toll, und aus Geist sehe ich nichts. So, jetzt ist die größte Frage jetzt, wie komme ich wieder an Leben? Regenerieren die einfach, oder? Die generieren eigentlich. Wir sind so viele Schweinemänner. Okay, ich muss einfach nur was essen, damit die, wenn ich das regeneriert. Aber ich kann jetzt nicht nochmal welche angreifen, wenn ich dann sterbe. Ah, hier sind zwei Spinnen-Eier. Ah, verdammt. Ja, ich brauch immerhin versteckten Töten. Wollst du vielleicht ein Altar, Siehst, sagen es mir? Ja. Ich bin ganz rechts an der Map-Grenze. Die Frage ist, was muss ich Spinnen geben, damit die mir folgen? Weiß ich nicht. Alter, es kann doch nicht sein. Es kann doch nicht sein, dass mir eine Spinnenwebe für eine Vogelfalle fehlt. Hier ist irgendwie so ein Kamouflage-Land. Das hat einfach den Boden, ist einfach Kamouflage. Was ist die komische Pflanze? Sie lebt ein einzelner Schweinemann, glaubst ich kann ihn klatschen. Ohne, das muss noch einmal. Ja, ich bin irgendwie schon wieder Monkey Paw. Okay, ich muss laufen. Lass mich in Ruhe, du fetter Schwein. Ich bin hier gerade so viel schöner Sachen. Und da kannst du dir teilen. Bis es einfach schon wieder fast Nacht wird. Oh Junge, das Einzige, was ich wollte, ist ein scheiß Spinnen. zu werden. Oh Mann. Naja, Leute. Warst du schon wieder? Nein. Es ist halt wirklich so dämlich, wie ich hier die ganze Zeit rumlaufe. Oh Mann, das ist ein Marvel-Server. Dann kann ich erstmal ein bisschen Werbung machen. abonniert ähm dämon-slayer auf YouTube. Das ist ein Zweikanal oder Erdkanal. Ich weiß es nicht. Das ist mein neuer Erdkanal. Ein neuer Erdkanal, das ist auch Saphir der Zweikanal ist. Ja. Ey, ich bin unten auch schon an der Grenze. Alter. Es kann doch nicht sein, dass es bloß einen Schweinertar hier gibt. Das müssen ja nicht mal Schweinertar hier sein. Nicht? Ich glaube, das erste Mal, wo wir nicht mit Aufnahme gemacht haben, ging es auch ohne. Da war ein anderer. Es muss halt irgendwas sein, wo halt einem Altar hängt. Ey, du glaubst nicht auf wie viele Spinnnester beziehungsweise Schweinemannhäuser ich schon getroffen bin. Ich würde gerne mal auf ein paar Spinnneste treffen wieder. Ich glaube, zehn Spinnneste und dreißig Schweinehäuser. Aber kein einziger Altar. Währenddessen bin ich schon die ganze Zeit in der Timeskip. Verleicht, ich weiß noch nicht. Ist das ein Altar? Du bist halt, wenn ich hier irgendwo ein Altar finde. Unsuspicious Marble. Hier wäre Marble gewesen. Ich habe auch ein Stück Marble dabei. Ich weiß nicht, wie ich damit tun soll. Wow, jetzt bin ich wieder im Schweinedorf. Wieder in dem Schweinedorf oder in dem Neuen? Ja, wieder in dem Schweinedorf. Ja, nein. Glaubst du, du kannst zum Wurmloch gehen? Ja, aber erst morgen. Ja, ich komme einfach mal zurück. So, aber es halt, wenn ich jetzt ein Altar finde. Oh. Findee. Ja gut, jetzt ist es aber gleich dunkel, also lohnsäßig, nicht wirklich nach einem Altar weiterzusuchen. Hast du mein Zeug aufgehoben? Oh, leider. Nein, hast du nicht, oder? Aber ich, das ist, wir sind jetzt schon bei 22 Minuten bei mir, ich werde es nicht euren Timeskippen machen, also wenn wir euch sagen, war es das bei mir für Folge 2 oder Folge 3. Ja, bei mir auch. Lasst uns einen Like und da, wenn es euch gefallen hat, schaut bei D-Man vorbei und bei Saphir und schaut bei Grotti vorbei aus. Ja,